Ich sitze hier heute mit zwei Vertretern der GHG, Charlotte und Marco. Herzlich willkommen. Danke, dass wir hier sein dürfen. Es hat jetzt lange gedauert, dass der AStA gebildet wurde, aber ihr seid jetzt mit der GHG im AStA. Wie zufrieden seid ihr jetzt mit dem Ergebnis und wie der AStA aufgestellt ist? Ja, natürlich freuen wir uns, dass es wieder einen links-grünen AStA gibt und ja, wir sind ein bisschen traurig, dass es so lange gedauert hat, weil natürlich dadurch auch Zeit verloren gegangen ist, wo wir hätten viele Dinge organisieren können. Aber wir sind natürlich jetzt froh, dass es soweit gekommen ist und dass es wieder einen AStA gibt. Es stand ja sogar zur Option, nochmal Neuwahlen zu machen. Dem sind wir natürlich zuvor gekommen. Dadurch, dass jetzt eine Einigung zustande kam. Ja, darüber freuen wir uns. Was sind denn jetzt eure Ziele? Also spezifisch auch von der GHG, die sich jetzt im AStA mit einbringt. Was sind eure Ziele für das nächste Jahr, für diese Legislatur? Genau, also grundlegend waren wir auch letztes Jahr schon im AStA vertreten. Da haben wir schon eine Vielzahl an Projekten angestoßen, die wir jetzt gerne fortsetzen wollen. Klar, als GHG vor allem auch im Öko-Referat. Das betrifft zum Beispiel Recyclingpapier, das betrifft das Mensaessen, ganz viele verschiedene Sachen, wo es auch durchaus einen langen Atembrauch und es auch gut ist, dass wir quasi jetzt die Möglichkeit haben, das vorzuführen. Ganz allgemein wollen wir natürlich auch die Serviceangebote, die ein AStA zu leisten hat, bestmöglichst leisten. Das ist die Erstsemesterbetreuung, das ist die Aushandlung von guten und preisgünstigen Semestertickets. Genau, und natürlich haben wir auch vor, so wie letztes Jahr, dass der AStA möglichst breit aufgestellt ist und möglichst vielen Studierenden die Möglichkeit bietet, sich zu beteiligen und für Ideen offen ist. Betreffend des Öko-Referats, was sind denn jetzt kurzfristig Ziele, die ihr hofft, schnell umsetzen zu können? Ja, also es gibt jetzt von der Universität eine Nachhaltigkeitsstelle ab 1. Mai jetzt, also wirklich ganz neu, die eingesetzt wurde, mit der wollen wir zusammenarbeiten. Es gab letzte Woche auch einen Einsteigerabend für das Ökologie-Referat. Wir möchten es möglichst offen gestalten und es wird auch vom Präsidium einen mehr vermehrten Einsatz für Recyclingpapier geben. Da sind wir auch direkt dran und möchten das möglichst zügig über die Bühne bringen. Da laufen Verhandlungen auch mit dem zentralen Einkauf. Das ist ein großes Projekt. Wir würden aber auch gerne weiter mit dem Studentenwerk in Kontakt treten, um eben das Mensa-Angebot zu verbessern. Da gab es auch schon ein Treffen. Und genau, es gibt viel zu tun und es dauert. Viele würden sagen, das Mensa-Angebot ist so gut, wie es ist. Es gibt vegetarische Angebote. Ich habe auf eurer Website gelesen, ihr wollt noch mehr vegetarisches Angebot schaffen. Glaubt ihr, wie glaubt ihr, ist das machbar? Ist das überhaupt machbar oder ist das eine Idealvorstellung? Ja, natürlich ist es machbar. Wenn man das Angebot an Fleischspeisen vergleicht mit dem vegetarischen oder veganen Angebot, ist das natürlich schon noch ein großer Unterschied. Natürlich haben wir nicht vor, Fleisch im Mensa-Essen abzuschaffen. Wir haben nur den Willen, das Niveau von fleischhaltigen Speisen und veganen und vegetarischen Gerichten auf dasselbe Level zu heben. Dass Menschen, die vegetarisch-vegan essen wollen, auch die Möglichkeit haben, gleich gutes Essen zu bekommen. Ich hätte da noch zu ergänzen, dass wir uns auch dafür einsetzen wollen, dass eben Essen vom Vortag wieder angeboten wird. Sowas gibt es zum Beispiel in Dortmund schon, dass es halt vergünstigt ist. Außerdem die Idee und die Vision, Mehrwegbecher einzuführen. Da gab es von dem Studentenwerk bis jetzt die Ablehnung, wir haben schon genug Mehrwegbecher. 6.000 bis 8.000, das ist viel zu wenig bei 30.000 Studierenden. Da wollen wir nachhaken. Der Aster arbeitet jetzt noch nicht so lange. Habt ihr schon irgendwelche eurer Ziele erreicht? Genau, also gleich als Negativpunkt muss man natürlich zugeben, dass wir auch aufgrund, dass der Aster so spät jetzt angefangen konnte, die Erstsemesterbetreuung nicht hinbekommen haben, was einfach auch an der Zeit lag, jetzt zum Sommersemester. Wir haben das Öko-Referat, da haben wir einen Einstiegsabend gemacht und natürlich als riesengroßen Punkt im Finanzreferat konnten wir binnen kürzester Zeit einen Haushalt aufstellen, der dann auch am 19. April des Stupa ist und nun auch den Fachschaften die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellt, arbeiten zu können. Genau. Scheint aber so, als ob es tatsächlich so ist. Wollt ihr euch dazu noch äußern? Ja, also es gab leider wirklich grundlegende Differenzen, gerade was die Allgemeinpolitik angeht. Wir sehen Studierende als Teil der Gesellschaft, auch als Verantwortliche für Prozesse, die wir momentan haben und wollen uns da auch nicht von abbringen lassen, irgendwie die Allgemeinpolitik wirklich auch im Außerkurrikularen Angebot mit einzubringen, da auch Veranstaltungen zuzumachen. Und bei der ADF war dort allgemein eher eine Ablehnung, zu sagen, wir machen Service, wir sind für die Studierende an der Hochschule da, mehr nicht. Da war ein grundlegender Punkt, wo wir gesagt haben, da können wir uns nicht einigen. Dann war es auch, dass es nur Grundreferate geben sollte, wie Finanzen, Vorsitz etc. Und wir aber noch mehr Referate einbringen wollten und dass da wiederum auch Differenzen waren. Und natürlich finden wir es auch schade, wir hätten gerne eine schnellere Einigung gehabt, aber selbst bei den Wahlen, also bei der konstituierenden Stupa-Sitzung gab es noch Schwierigkeiten, weil auch der Nerd Campus hat sich bitten lassen, dann für uns zu stimmen. Also bis zum Ende war es noch ein Zittern, dass es wirklich funktioniert hat. Und ja, wir sind jetzt froh, dass es durch ist. Und ja, dieses Jahr sind es schwierige Mehrheitsverhältnisse, aber wir haben das Beste daraus gemacht. Genau. Und auch jetzt auf den Nerd Campus bezogen ist es natürlich immer begrüßenswert, wenn Studierende sich einbringen. Davon lebt die Hochschulpolitik. Und jetzt, das betrifft nicht nur uns als GAG, sondern auch andere Gruppen, dass wir nicht gerade sagen können, dass sehr viele Leute sich daran beteiligen. Das ist sehr schade. So gesehen ist es sehr schön, dass Leute wie Merten vom Nerd Campus da eine eigene Gruppe gründen, dem Stupa irgendwas reißen wollen. Allerdings muss man auch sagen, dass Merten hat über 200 Stimmen mit dem Nerd Campus bekommen. Davon eine Vielzahl von Leuten, die sicherlich wollten, dass er sich für den Nerd Campus einsetzt. Auch im Aster natürlich. Und unterm Strich macht er das nicht wirklich. Also er hätte durchaus auch in den Aster gehen können, macht er auch nicht. Du hast es gerade gesagt, dass ihr es begrüßt, wenn Studis sich einbringen an der Uni und am Uni leben. Aber vielleicht wollen wirklich nicht alle politisch irgendwas machen. Gibt es denn für Studierende die Möglichkeit, einen Einfluss auf das Leben am Campus zu nehmen, ohne direkt irgendwie einer Partei oder einer Hochschulgruppe beizutreten? Und vielleicht auch speziell grüne Ziele bei ihr, die ihr jetzt kennt, wie sie die vertreten könnten? Wir als GAG versuchen auch diese Hierarchien und Strukturen relativ flach zu halten und gestalten halt auch jetzt speziell das Öko-Referat so, dass auch Leute fern jegliche Hochschulgruppen ihre Anliegen da anbringen können, ihre Ideen schildern können. Ganz allgemein jetzt auf den Aster bezogen, wenn irgendwelche Studierenden eine Idee haben für eine Veranstaltung, irgendeinen Hinweis, was sich verbessern soll auf dem Campus, kann man eine Facebook-Nachricht schreiben an die Aster-Seite, man kann eine E-Mail schreiben, man kann einfach auch mal ins Studierendenparlament gehen. Da kann jeder hingehen, jeder Studierende kann einen Antrag darstellen. Und fern des Asters gibt es natürlich die ganz verschiedenen Stellen der Uni in der Verwaltung. Es gibt jetzt bezogen auf Nachhaltigkeit den Nachhaltigkeitsbeauftragten, der direkt zum Präsidium gehört quasi, der sich natürlich auch auf Beteiligung aus der Studierendenschaft freut. Ja, dann danke für das Gespräch. Wollt ihr noch irgendwie mitteilen, was dir jetzt direkt noch anliegt in den nächsten Wochen? Entschuldigung. Ja, also wir würden natürlich auch noch einladen zum grünen Hochschulgruppen-Einstiegsabend, das ist am 15.05. am Montag um 20 Uhr im Aster-Gebäude. Wenn ihr Lust habt, doch euch irgendwie hochschulpolitisch zu engagieren, freuen wir uns natürlich sehr über neue Gesichter. Ja, genau. Und ganz allgemein ist es sehr, sehr anstrengend, aber ich finde es manchmal auch ganz spannend, kann man auch mal im Stupa vorbeischauen und einfach auch mal so eine Innenansicht bekommen. Das Stupa ist jeden Monat und meist am Z-Campus, genau. Sehr gut, danke und bis bald. Ja, danke euch. Ja, danke euch. Oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017